Hi, wir sind Alissa, Arthur und Felix und wir haben uns was ganz Besonderes für euch ausgedacht. Wir haben einen Song für Hannover geschrieben und wir brauchen eure Mithilfe. Zur Corona-Zeit hatte man jetzt vielleicht nicht so viele Einnahmen und genau deswegen brauchen wir Musiker wie euch aus der Region, damit ihr mit uns zusammen den Song für Hannover mitgestalten könnt. Schaut einfach auf unserer Homepage vorbei, bighouse.de. Der Bewerbungsschluss ist der 27.11. und wir freuen uns auf euch. Macht mit! Yeah!